Hallo meine lieben Kochfreunde, ich bin's wieder, euer Küchenguru Christian. Ja, und in diesem Video beschäftigen wir uns mit der Frage, sind Hanfsamen gesund? Welche Wirkung haben sie und was gibt es beim Verzehr von Hanfsamen zu beachten? Und so ganz nebenbei gehören übrigens Hanfsamen auch zu meinen absoluten Lieblingen in der Küche. Sie schmecken leicht nussig und haben so viele gesundheitliche Vorteile, die ich euch jetzt gleich erzählen werde. Hanfsamen gibt es in verschiedenen Variationen. Hier zum Beispiel habe ich ungeschälte Hanfsamen, die lassen sich sehr gut keimen. Dann habe ich hier auf meiner rechten Seite geschälte Hanfsamen, die ich sehr gerne in all möglichen Gerichten bei mir integriere. Dann gäbe es noch Hanfsamenmehl, was man auch sehr gut zum Backen verwenden kann. Ach und übrigens Leute, Hanfsamen, die ich euch hier zeige, haben nichts mit Marihuana oder Haschisch zu tun, denn Hanfsamen enthalten kein THC, also der Stoff, der für den Drogenrausch eigentlich verantwortlich wäre. Und ich muss euch auch noch vorwarnen, das Video dauert heute vielleicht etwas länger, aber ich möchte euch wirklich keine wichtigen Informationen vorenthalten und am Ende gibt es von mir noch einen ganz besonderen Tipp obendrauf. Also bleibt dran, los geht's! Bevor wir uns aber den zahlreichen gesundheitlichen Vorteilen von Hanfsamen zuwenden, möchte ich euch noch kurz etwas über deren Geschichte und Herkunft erzählen. Hanfsamen werden aus der Cannabis-Sativa-Pflanze gewonnen, welche seit Jahrtausenden eine geschätzte Nahrungsquelle für viele Zivilisationen in China zum Beispiel oder im Mittleren Osten und in Europa war. Die Geschichte der Hanfsamen reicht sogar bis etwa 8000 vor Christi zurück, was sie zu einem der ältesten bekannten Superfoods der Menschheit macht. In der antiken chinesischen Medizin wurden Hanfsamen wegen ihrer nahrhaften Eigenschaften sehr geschätzt. Sie galten als Lebensmittel, das sowohl den Körper nährt als auch das Qi, sprich die vitale Lebensenergie stärkt. Ja und trotz ihrer langen Geschichte gerieten Hanfsamen in vielen Teilen der Welt in Vergessenheit oder wurden aufgrund der Verbindung zur psychoaktiven Cannabis-Variante stigmatisiert. Erst in den letzten Jahrzehnten erleben Hanfsamen eine Renaissance als Superfood, angetrieben durch das wachsende Bewusstsein für ihre gesundheitlichen Vorteile und ihre Vielseitigkeit in der modernen Küche. Und genau aus diesem Grunde mache ich ja auch das Video, weil ich euch für dieses tolle Geschenk der Natur begeistern möchte. So kommen wir jetzt aber auch schon zu Punkt Nummer 1, zu einem ganz wichtigen gesundheitlichen Vorteil. Hanfsamen enthalten alle wichtigen 9 essentiellen Aminosäuren, die für unseren Körper, speziell für unsere Muskeln total wichtig sind. Also sprich Muskelaufbau und Muskelerhalt. Und nur mal so zum Vergleich, die biologische Wertigkeit des Hanfproteins liegt bei ca. 90%, bei Eiern werden es 100% und Rindfleisch erreicht gerade mal nur 80%. Ich finde das einfach nur krass Leute. Und in der Videobeschreibung habe ich euch weitere Beispiele dazu gemacht. Also schaut später einfach mal rein. So, lasst uns weitermachen mit Punkt Nummer 2. Jetzt wird es ein bisschen technischer, denn es geht um die Omega-3-Fettsäuren. Also passt gut auf, das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Die Omega-3-Fettsäuren, von denen man immer hört, wie wichtig sie seien, sind in Hanfsamen im optimalen Verhältnis von 3 zu 1 enthalten. Also die 3 steht für Omega-3 und die 1 für Omega-6. Omega-3 wirkt in unserem Körper entzündungshemmend, ist wichtig für die Herzgesundheit und hat somit auch einen stark positiven Einfluss auf unser Immunsystem. Aber bei aller Euphorie müsst ihr auch wissen, dass in Hanfsamen nur eine Vorstufe von Omega-3 enthalten ist, die sogenannte Alpha-Linolensäure, abgekürzt in ALA. Aus dieser kann zwar unser Körper die hochwirksamen Fettsäuren EPA und DHA herstellen, welche eben dann eine sehr gesundheitsführende Wirkung haben, aber EPA und DHA wären eigentlich vollständig in Fischfett enthalten. Alle Welt spricht deshalb auch immer davon, dass man viel Fischfett konsumieren sollte, weil eben im Fischöl sind diese Fettsäuren schon direkt vorhanden und müssen nicht erst vom Körper umgewandelt werden. Was natürlich auch funktioniert, aber nicht so effizient ist. Und zum Thema Fischölkapseln werde ich hier auf diesem Kanal auch nochmal ein Video machen, denn dazu gibt es auch einiges, was man beachten sollte. Aber kommen wir wieder zurück zu unseren Hanfsamen und zu Punkt Nummer 3. Hanfsamen enthalten aber nicht nur Eiweiße und gute Fette, sondern sind auch voller Mineralien und Vitaminen. Von Magnesium, das für starke Knochen und eine gesunde Muskel- und Nervenfunktion unerlässlich ist, bis hin zu Zink, das das Immunsystem stärkt und bei der Wundheilung hilft, haben Hanfsamen echt viel zu bieten. Eisen, Phosphor und auch B-Vitamine runden das Nährstoffprofil ab. Kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 4 und dem Thema Antinährstoffe. Vielleicht habt ihr davon schon einmal gehört, denn das sind Stoffe, die Pflanzen entwickeln, um sich vor Fressfeinden zu schützen. Diese Stoffe nennen sich zum Beispiel Phytinsäure, Tannine oder Oxalate. Und diese Antinährstoffe rauben unserem Körper wichtige Nährstoffe, sprich wie Mineralien, Magnesium, Eisen oder Kalzium. Dazu möchte ich euch ein einfaches Beispiel machen. Wir gehen mal davon aus, dass ein Lebensmittel 100 Milligramm Magnesium enthält, aber auch viele Antinährstoffe. Und somit kann unser Körper nicht 100% von diesem Magnesium verwerten, beziehungsweise könnte es sogar noch zu einem Defizit kommen, da Phytinsäure und Oxalate auch unserem Körper vorhandene Mineralien entzielen könnten oder die Aufnahme stark hemmt. Und warum erzähle ich euch das alles? Weil eben Hanfsamen sehr wenig von diesen Antinährstoffen enthalten. Und das macht sie doppelt wertvoll für unseren Körper. Somit ist die Bierverfügbarkeit um ein Vielfaches höher im Vergleich, wie zum Beispiel Sesamsamen, die zwar auch chemisch gesehen viele Mineralien enthalten, aber halt auch viele Antinährstoffe. Und da kommen wir jetzt auch schon zu meinem wichtigen Tipp, den ich euch versprochen habe. Aber bevor ich euch diesen verrate, wollte ich euch noch ermutigen, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr noch weitere interessante Inhalte zum Thema Kochen, Ernährung und Gesundheit sehen wollt. Ja, und über ein Like und Kommentar freue ich mich natürlich auch immer. Ja, kommen wir zu Punkt Nummer 5, die Bioverfügbarkeit von Hanfsamen. Die Bioverfügbarkeit eines Lebensmittels ist essentiell. Denn was nützen uns Laboranalysen von unglaublich vielen Nährstoffen, wenn wir sie unserem Körper nicht bestmöglich zur Verfügung stellen können? Dazu möchte ich euch ein weiteres Beispiel nennen. Hanfsamen werden ja gerne als Topping für Salate oder andere Gerichte verwendet. Nur haben wir hier das Problem, dass meistens die Samen ja nicht ganz zerkaut werden und deshalb die Hanfsamen auch nicht komplett im Darm aufgeschlossen werden können und sie vielfach unverdaut unseren Verdauungstrakt verlassen. Aber keine Sorge, ich habe für euch die Lösung in vielerlei Hinsicht, um das Maximale an Nährwerten aus Hanfsamen zu gewinnen. Zuerst die einfache Version. Ihr könnt zum Beispiel Hanfsamen einfach in Smoothies integrieren oder sie auch zu einem Pesto oder Dressing aufmixen und erst dann auf euren Salat geben. So brechen die feinen Zellstrukturen der Hanfsamen auf und viele wichtige Nährstoffe, die ihr sonst gar nicht aufnehmen gekonnt hättet, werden erst für euren Körper verfügbar. Dabei ist es zu beachten, dass ihr immer frischen Zitronensaft, ja egal ob es Pesto oder ein Dressing oder auch ein Smoothie ist, hinzufügt, denn das verhindert bzw. schränkt die Oxidation der Nährstoffe ein. Das heißt auf gut Deutsch, der Verderb, der durch Sauerstoff beim Aufmixen oder Zerkleinern von Lebensmitteln entsteht, hält sich in Grenzen. Aber trotzdem möchte ich hier auch noch den Hinweis machen, bitte solche Sachen nicht auf Vorrat produzieren, denn der Faktor Zeit und auch Licht beeinträchtigen immens den Wert eines Lebensmittels. Nehmt euch also die Zeit, macht es frisch, eure Gesundheit wird es euch danken. Ach und übrigens, die Hanfsamen, die ich hier im Video verwendet habe, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Dieser Marke vertraue ich 100% und der Geschmack ist auch tiptop und deshalb habe ich sie euch mal in der Videobeschreibung und auch meine anderen Favoriten verlinkt. Bleibt aber noch kurz dran, das Video ist noch nicht fertig. Ja, um die ganzen Antinährstoffe oder bzw. so gut wie möglich zu eliminieren, könnte man die Hanfsamen oder auch andere Samen 24 Stunden in Wasser einweichen oder am besten sogar keimen lassen. Dann hättet ihr das Maximum an Nährstoffen für euren Körper verfügbar. So und jetzt habe ich voll Bock auf Hanfsamen bekommen und werde mir einen leckeren Salat zubereiten mit einem total gesunden Hanfsamen-Topping. Und jetzt wünsche ich euch noch alles Gute, beste Gesundheit und guten Appetit und tolle Gerichte mit Hanfsamen. Also bis bald und lasst es euch schmecken. Euer Christian. Ciao, ciao.